Ja, wir haben den Sprenger ein bisschen hoch. Ich geh durch Lobby durch. Tja, das war's mit Echo. Ich geh mal kurz in die Gegend aus, weil ich hab hier die Wand aufgemacht. Da schießen sie grad durch. Ah, einer sitzt in diesem kleinen Office da, wo die Wand reinforced ist komplett. Da könnte ich, wenn die gerade gut fliegt, den Nate reinschmeißen. Da unten. Nice. Vielen Dank! Das wollen wir gut probieren. Alter! Weiter! Übel! Geil! Ist nicht übel! Isabor! Ach ja! Das war's.